Wir schlagen das Jahr 1492. Der Deckard Christoph Kolumbus steht im See und nimmt kurz auf die neue Welt. Seine Erinnerung des Paradieses verändert die Vorstellung von einer flachen Erde Amerika. Zu dieser Zeit trägt der niederländische Maler Jürgen Bosch das Segel von Kolumbus. Er malt ein farbfrohes Tüntikon voller Fantasiefiguren. Ein Meisterwerk über Himmel, Hölle und die Erde. Eine Welt, die geschieht über Liebe, Luft, Sünde und Verlösen. Exempel, der Weltleute in ihrer Lande, erweckt das Weltprodukt der Egel von Bosch. Hier und für Sie. Begleiten Sie sich auf einer Weizung, lassen Sie sich zuvor. Lauschen Sie der Geschichte voll, genießen Sie den Garten der irgischen Freude. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Applaus 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 Applaus